Wir freuen uns ganz besonders zum Gallery Econ 2023 eine Berliner Künstlerin zu zeigen, Britta Thie, die wir auch in verschiedenen Museumsausstellungen natürlich schon vorgesehen haben. Aber das ist natürlich ein ganz besonderer Auftritt hier in der Stadt, in der sie arbeitet, lebt und dann auch noch einmal ganz anders performen kann. In der Ausstellung Szene sind acht Malereien zu sehen und eine Zweikanal-Video-Installation, die Schauspieltechnik porträtiert. Also die Paintings fungieren auch so ein bisschen wie Headshots, also Porträts von Characters, also von Figuren. Und zum Teil ist es ja so, dass man in CGI, also in der Postproduktion, viel mit Greenscreen arbeitet und viel mit Platzhaltern. Um das zu tun, muss man extrem viel projizieren auf ein erst mal so nicht lebendiges Objekt. Und irgendwann fängt man an, alles zum Leben zu erwecken, schauspielerisch, weil man so viel mit Platzhaltern schauspielt. Und als ich so lange am Set saß und diese ganzen Filmlampen und Stative und Kameras gesehen habe, habe ich irgendwann gemerkt, dass dieser Mechanismus des zum Leben erweckens mir passiert ist mit zum Beispiel so einem Gerät. Und irgendwie haben sie ja auch so was Figürliches und was Schrulliges und was Beruhigendes auch, weil sie sind so für einen da, sie stellen das Bild her.